Die Psychoneuroimmunologie kann Kinder besonders gut unterstützen. Das hängt damit zusammen, dass die Psyche eines Kindes viel eher beschädigt werden kann, weil das Kind zum Beispiel nicht in der Lage ist, nach einem Eingriff in seine Würde, denn die Würde des Menschen ist ja sowieso unantastbar, aber die eines Kindes erst recht. Aber wenn in die Würde eines Kindes eingegriffen wird, ist das Kind nicht in der Lage, sich die Würde selbst zurückzugeben. Das können nur wir als Erwachsene ihnen wiedergeben, aber PNI ist auch in der Lage, dies zu unterstützen, besonders bei Kindern. Deshalb haben wir bei der Entwicklung der Recovery Box darauf geachtet, ein zweites Produkt parallel sofort mit an den Markt zu bringen. Das nennt sich Recovery Box Kids. Es ist mit besonders kleinen Kapseln versehen, sodass es leichter einzunehmen ist. Und es hat den gleichen Wert für das Kind wie für den Erwachsenen. Aber gerade im Bereich der Psyche halte ich die Unterstützung für fast noch wichtiger als für uns. Das ist mit dieser Leiter-Ingeheim-Land. Wir haben Diener und HHS-Bab usw. Und wir haben sich die Unterstützung von Diener für ein Reichssch трents. Wundering. Musik, und auch über die Förderung. Untertitelung des ZDF, 2020